Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch zeigen, wie man den Code für Fortnite einlösen kann. Entweder für Items oder auch zum Beispiel V-Bugs. Ja, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Das Ganze machen wir hier kurz und schmerzlos. Ihr müsst euch mit euren Zugangsdaten hier auf epiggames.com anmelden. Und wenn ihr das gemacht habt, ihr könnt sehen, ich bin jetzt hier angemeldet, dann geht es relativ einfach. Ich kann euch den Link übrigens unten auch mal in die Videobeschreibung reinmachen. Am besten vielleicht auch direkt zu den Codes. Ansonsten klickt ihr einfach einmal hier Code einlösen. Und den Link verlinke ich euch jetzt mal unten in der Videobeschreibung. Ihr habt den schnellen Zugriff und braucht nur noch euren Nutzernamen, E-Mail oder Passwort eingeben. Und dann seid ihr drin. Habt ihr jetzt hier einen Code für eine Belohnung, könnt ihr das Ganze hier jetzt einmal einlösen. Einfach reingeben und dann einlösen. Habt ihr jetzt aber zum Beispiel einen Code für einen V-Bugs, dann müsst ihr das Ganze hier machen. Dann klickt ihr auf hier einlösen. Dann kommt ihr zur nächsten Seite. Hier nochmal eine ganz kurze Erklärung. Könnt ihr euch durchlesen. Klickt da auf Los geht's. Und dann gebt ihr jetzt hier euren Code ein. Klickt dann auf Weiter und dann wird das Ganze eurem Konto gut geschrieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, noch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin. 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 Vielen Dank.